Bist du jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Was? Scheiße. Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Du bist ein bisschen wie mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Habt ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. Charlotte. Charlotte Düval. Grüne Augen. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt im Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Du riechst nach ihr. 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 Du riechst nach ihr.